Es ist ja gleich vorbei. Time-Mod halte ich schon mal ein bisschen bereit, wir machen gleich noch ne Runde. Du nicht. Instant ins Gesicht. Ich hab mir schon mal nen Shaker geholt. Hat heute jemand, äh, Mega-White-Hard oder so ein gewesen? Eigentlich wollte Maurice, aber Maurice ist nicht da gewesen. Nö, was eigentlich der war. Aber der war natürlich AFK. Nee, er hat noch Termin aufgebaut. Kann man dann, Bro, hallo? LUL! Habt ihr's gesehen? Habt ihr's gesehen? Ganz... ... ... ... ...